Diese Frage stelle ich immer, jetzt heute ein bisschen später. Die ist auch ganz simpel zu beantworten. Are you ready to rock? Immer nur die erste Reihe. Das war zu spät. Are you ready to rock? Aber du gehst doch. Are you ready to rock? Das war zu spät. Das war zu spät. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018